Jo Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf FC Fabio. Damit meine Freunde zu meinem nächsten FC News Video mit heute ganzen vier Punkten, wo ich mit euch drüber sprechen möchte. Es sind ganz unterschiedliche, aber es gibt mal wieder extrem viele Bewegungen, was Gerüchte, aber allgemein auch das Personal angeht. Und daher würde ich sagen, ohne zu schnacken, verlieren wir keine Zeit, gehen in Punkt Nummer 1 rein und in Punkt Nummer 1 reden wir über Gerhard Struber. Der Österreicher soll der neue Trainer vom 1. FC Köln werden. Das soll spätestens am Mittwoch, wo ihr dieses Video seht, verkündet werden. Also es könnte schon passiert sein, wenn ihr es seht, oder es könnte im Laufe des Nachmittags dann geschehen. Er soll einen Vertrag bis 2026 unterschrieben haben, also laut Express soll das schon passiert sein. Er soll auch einen Co-Trainer mitbringen, der Eibler mit Nachnamen heißt und 30 Jahre jung ist. Er selber trainierte mal RB Leipzig, dann den FC Liefering und den FC Barnsley in der zweiten englischen Liga. Und wir bekommen einen Trainer, der natürlich so ein bisschen so dieses RB-Blut in sich trägt, aufgrund der Salzburg-Zeit. Und das ist dann irgendwo mal wieder diese Hoffnung, dass ich mir halt denke, vielleicht kann dieser Coach mal einen neuen Fußball einbauen, vielleicht der dann auch über die Profimannschaft hinaus wirkt, der vielleicht auch in die zweite Mannschaft runtergeht, um dann wirklich Jugendspieler dann auch den Sprung zu den Profis dann in Zukunft vielleicht auch mal leichter machen zu können. Dazu kommt noch, dass der FC, wie ich zumindest finde, eigentlich mit Österreichern immer ganz gut gefahren ist, ob es in der weiteren Vergangenheit, in der Historie des Klubs war, oder halt auch in der jüngeren Vergangenheit mit Ljubicic, mit Kainz, damals mit Peter Stöger, der uns in die Euroleague geführt hat. Also ich glaube, mit Österreichern hat der FC eine gute Bindung, würde ich mal behaupten. Und natürlich ist Gerhard Struber so ein bisschen so eine Wundertüte, aber genau das war ja eigentlich auch zu erwarten, dass sowas zum FC kommt, weil aufgrund der Situation, man weiß doch bei dem einen oder anderen Spieler nicht, wie es weitergeht, auch wenn mittlerweile sich einige zu uns bekannt haben. Und man hat halt eben diese Transfersperre, heißt für einen neuen Coach kann man eben auch keine Spieler verpflichten. Und das alles gepaart in einem Topf ist es halt nicht so einfach, da jemanden für sich zu begeistern, würde ich zumindest mal behaupten. Und wenn man dann in den letzten Wochen gesehen hat, dass Namen gehandelt worden sind, wie Reis, der bei Schalke war, wie beispielsweise Kohfeldt, wie herrlich, dann denke ich mir halt schon, dann haben wir hier auf jeden Fall eine deutlich bessere Wahl getroffen. Wir haben, was auf deutschem Boden angeht, einen relativ unverbrauchten Trainer und wir haben jemanden, der natürlich die Sprache spricht und der rein grundsätzlich ja auch Offensivblut in seinem Spielstil hat. Und von daher bin ich gespannt, wenn das Ganze denn jetzt verkündet wird und er dann Ende Juni dann das Training leiten wird, wie der FC dann auftreten wird und vor allem mit was für einer Formation wir dann in der kommenden Saison spielen. Weil wie ihr wisst, ich möchte sehr gerne von diesem 4-2-3-1 weg. Aber das werden wir sehen, diese Personalie soll auf jeden Fall am heutigen Mittwoch verkündet werden. Wenn es dann soweit ist, dann lassen wir den Herren herzlich willkommen und ja, ich muss sagen, irgendwo unterm Strich freue ich mich dann auf jeden Fall. Und von Gerd Struber gehen wir rüber zu Punkt Nummer 2 und auch hier geht es um den Österreicher und es soll um Florian Kainz gehen. Unser Kapitän der abgelaufenen Saison wird aller Voraussicht nach es den bisher verbliebenen Spielern nachmachen und ebenso beim 1. FC Köln bleiben. Sein Vertrag läuft bis 2025, also noch eine Saison und sein Vertrag soll stand jetzt nicht verlängert werden, aber er soll weiterhin beim FC bleiben. Man wird natürlich dann sehen, ob Kainz dann nach der Saison ablösefrei irgendwo hingeht oder vielleicht sogar nochmal in die Heimat oder ob er dann während der Saison nochmal verlängert. Stand jetzt bleibt er aber. Laut Sky könnte es auch ein internes Thema sein, dass er nicht mehr Kapitän in der kommenden Saison ist, aber ich glaube, dass das noch ein bisschen zu früh ist, weil man erstmal abwarten muss, wenn er neue Coach jetzt da ist, auch wenn er sich da festlegen wird. Aber rein grundsätzlich glaube ich, würde das Florian Kainz zu 100% gut tun, weil man hat schon letzte Saison gesehen, dass diese Kapitänsbinde für ihn eher eine Last war. Wenn wir aber auf Florian Kainz als Fußballer blicken, dann muss ich sagen, haben wir in den sonstigen Jahren eigentlich einen ackernden Spieler gehabt, der zumindest immer alles gegeben und versucht hat, der auch mal Saisons hatte, wo er viele Assists, aber auch ab und an einige Tore erzielen konnte. Und ich glaube, dass Florian Kainz, wenn er nicht mehr diesen Druck der Kapitänsrolle hat und wirklich frei im Kopf ist, gerade auf 2. Liga-Ebene, echt ein richtig guter Kicker, wie der ist. Und daher freut es mich, dass Florian Kainz bleibt. Ich glaube, dass das vielleicht die wenigen Fragezeichen, die jetzt noch offen sind in Personalien, was Spielern angeht, Lindenmeiner, Davy Selke etc. pp., dass das dann vielleicht dazu Entscheidungen gewisser Spieler dann auch noch im Positiven führen könnte. Aber das werden wir auf jeden Fall sehen. Ich freue mich, dass Kainz hier bleibt. Und wir springen rüber zu Punkt Nummer 3. Und hierbei geht es um eines der größten Talente unseres 1. FC Köln. Die Rede ist von Julian Pauli. Der Innenverteidiger, der der Kapitän der U19 des 1. FC Köln war, hat jetzt einen Profivertrag erhalten. Dieser soll langfristig sein. Es wurde aber nicht bekannt, wie lange er gehen soll. Aber ich gehe mal davon aus, dass er mal mindestens bis 27, also 3 Jahre, gelten wird. Dann gilt für den Jungen, dass er jetzt wirklich auch zu den Profis gehört. Er wird mit den Profis trainieren. Er wird mit im Trainingslager dabei sein. Er wird beim Trainingsauftakt dabei sein. Und das ist halt schon ein Zeichen, dass man eben neben Timo Hübers vielleicht in der kommenden Saison ein junges Innenverteidigertalent dann eben aufbaut. Ob das jetzt Ria Zmaic ist, ob das eben Julian Pauli ist oder doch Elias Bakatukanda. Das werden wir dann in der kommenden Saison sehen. Vielleicht spielen wir auch sogar, wie ich es mir wünsche, mal mit einer Dreierkette. Dann brauchst du drei Innenverteidiger. Vielleicht würden dann sogar zwei von den genannten Jungs eine Chance bekommen. Wird man dann sehen. Zumindest so lange, bis Luca Kilian eben fit ist. Oder man baut doch auf Dominik Hainz. Weiß man nicht. Aber letztendlich ist es wichtig, dass wir Julian Pauli weiterhin vom FC begeistern konnten und ihm auch mit einem Profivertrag ausstatten konnten. Weil ich muss sagen, in der letzten Saison, wo der FC da wirklich brilliert hat in der U19, wo man Pokal gewonnen hat, wo man im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft stand, da hat Julian Pauli echt schon einen richtig guten Job gemacht und hat für mich persönlich da auf jeden Fall schon herausgestochen. Daher muss ich sagen, sehr gut gemacht vom FC. Ich hoffe, dass der Junge sich im Sommer in der Vorbereitung zeigen kann und dass er vielleicht in der kommenden Saison auf den einen oder anderen Einsatz kommt. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Er ist ein toller Junge, dem die Zukunft gehört. Er hat alle Grundlagen, dass man aus dem auf jeden Fall was machen kann. Und daher bin ich einfach nur positiv gestimmt, dass das geklappt hat. Und ich hoffe, dass weitere Talente es ihm in jedem Fall nachmachen. Und wir haben ja von Punkt Nummer 1 zu Punkt Nummer 2 eine gute Verbindung gehabt, Österreicher zu Österreicher. Und auch Punkt 3 zu Punkt 4 kann man auch gut verbinden. Denn in Punkt Nummer 4 geht es um Nikola Soldo. Der Koate war ja in der vergangenen Saison an den 1. FC Kaiserslautern verliehen. Hat dort nicht gerade eine tolle Saison gespielt. War sehr durchwachsen, hat am Anfang gespielt. Dann war er zeitlang gar nicht im Kader. Dann hat er am Ende wieder gespielt. Also man wusste nicht so wirklich, wo man bei Soldo dran ist. So ähnlich wie es auch in seiner FC-Zeit war. Er kam, er spielte, war auch vernünftig. Dann war er raus. Dann hat er, wenn er gespielt hat, Fehler gemacht. Also auch sehr durchwachsen. Und das Ganze war halt eben auch in der vergangenen Saison eben bei Kaiserslautern der Fall. Daher stellt sich natürlich jetzt die Frage, wie geht es für ihn beim FC weiter? Und jetzt wurden Stimmen laut, dass der FC darüber nachdenkt, sich von Nikola Soldo zu trennen. Es soll auch schon Interessen geben. Es soll Interesse aus Polen geben. Lech Posen soll stark interessiert sein an einer Verpflichtung eben von Nikola Soldo. Und ich denke, dass das vielleicht kein schlechter Schritt auf jeden Fall für Nikola Soldo wäre. Weil ich glaube, die polnische Liga, da kann man sich auch ganz gut entwickeln. Und das ist jetzt auch nicht das allerschlechteste Niveau. Aber schon ein Niveau, wo Soldo auf jeden Fall eventuell zum Stammspieler werden könnte. Und das tut ihm, glaube ich, für seine Entwicklung ganz gut. Und das gibt ihm dann auch mehr Spaß im Fußball. Weil ich schon glaube, wenn er jetzt zum FC zurückkäme, dass er auch dann beim FC wieder den Kürzeren zieht. Und auch dann wieder wenig bis gar nicht spielt. Und das kann eben nicht Sinn der Sache sein. Es gab laut dem Geistblockenbericht, wo man gesagt hat, es gibt die Überlegungen, Soldo nochmal zu verleihen. Was meiner Meinung nach aber eigentlich keinen Sinn macht, weil sein Vertrag bis 25 läuft. Dann müsste man seinen Vertrag nochmal verlängern, um ihn dann eben zu verleihen. Und ich sage euch ganz ehrlich, Freunde, ob das jetzt klappt oder nicht. Aber auf Sicht möchte unser 1. FC Köln natürlich wieder in die Bundesliga. Und ein Spieler, der bei einem Abstiegskandidaten in der 2. Liga kaum eine Rolle gespielt hat. Und der wird halt dann auch jetzt bei einem hoffentlich dann Aufstiegsaspiranten, aber dann auch bei einem zukünftigen Bundesligist, dann auf jeden Fall nur eine absolut minimale Chance haben. Und ich glaube, dass der FC gut daran tut, eben auf die, die ich eben genannt habe, jungen Spieler zu setzen. Als eben nochmal auf Nikola Soldo. Obwohl ich am Anfang, wo er beim FC war, echt gedacht habe, das könnte was werden. Aber leider, so gut wie er angefangen hat, hat er dann auch nachgelassen. Von daher, ja, glaube ich, dass wenn Posen hier ernst macht und ihn wirklich verpflichten will, dann sollte man ihn auf jeden Fall auch ziehen lassen. Und sollte dem Jungen da auf jeden Fall eine neue Chance für sein Fußballleben geben. Weil beim FC wird das, glaube ich, nichts mehr. Und auch allgemein in der 2. Liga hat er, glaube ich, auch einen relativ schweren Stand. Das auf jeden Fall zu Nikola Soldo. Ich muss sagen, ich würde ihn abgeben, wenn die Chance wirklich besteht. Ich bin gespannt, wie ihr es seht. Würdet ihr Soldo auch fest abgeben oder würdet ihr nochmal verlängern und ihn verleihen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Genauso, wie seht ihr den Profi-Vertrag von Julian Pauli? Sagt ihr, auch hier ist der richtige Schritt. Wie seht ihr den neuen Trainer, Gerhard Struber? Sagt ihr, interessanter Mann? Ihr freut euch auf ihn. Oder hättet ihr euch jemand anders gewünscht? Und wenn ja, wen? Und natürlich abschließend, was sagt ihr zu Florian Kainz? Freut ihr euch, dass ihr bleibt? Oder hättet ihr gesagt, ihr hättet lieber gesagt, er kann gehen. Und dafür setzen wir auch da auf einen jungen Spieler. Ich bin gespannt, wie ihr es seht. Schreibt mir zu den ganzen Punkten unten eure Meinung in die Kommentare. Ich versuche, wie immer, so viel es geht zu beantworten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Was auch immer, ich mache wieder. Euer Fabio ist raus. Haut da rein. Und ciao. Euer Fabio ist raus.